So, der Marathon beginnt und es muss fast alles glaube ich jetzt mit Freunden gemacht werden. Ich mache das ganze jetzt hier mit meinem Sohn. Sag mal hallo. Hallo. So, ihr wisst ja unten mit dem Pass-Safe-Code. Einfach unten in der Videobeschreibung nachgucken. Da ist alles verlinkt, wie ihr den Code knacken könnt. Ich würde sagen, wir reden auch jetzt hier nicht so lange rum, weil ich wie gesagt, ich bin ja morgen nicht da. Ich versuche halt wirklich alle Aufgaben heute schon irgendwie hinzukriegen für euch. Und jetzt halt einfach spiele Matches mit einem Freund. Ganz simpel. Logischerweise ist mein Sohn in der Freundesliste mit drin. Gruppenmitglieder einfach einladen, zusammenspielen und das ganze halt dreimal. Also ihr müsst drei verschiedene Runden mit eurem Freund zusammen spielen. So, wir machen jetzt mal eine Duo-Runde. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich hoffe halt auch, dass ich da nicht zu viel schon mache, was den Rest betrifft von den Aufgaben. Ansonsten muss ich sie zusammenfassen. Aber du hast gar keinen Rücken, Accessoire, gell? Hast du ein Haustier als Rücken? Ja. Ja, musst du nicht jetzt mal, das machen wir dann anders mal. Aber du hast eins, ne? Ja, müssen wir gleich gucken. So, und ihr wisst ja, Ladebildschirm gleich. Was für eine Zeit? Weißt du das? Ne. Like-Zeit? Kommentier-Zeit? Und noch kein Abonnent ist dann jetzt abonnieren. Ich denke, du guckst meine Aufgaben. Ich hoffe jetzt noch eine, wo du guckst. Oh. Aber selbst da habe ich es gesagt. Ich sage das immer, wenn ihr Ladebildschirm da ist. So. Und wie gesagt, ihr seht ja 136 Abonnenten. Erstmal, wie gesagt, wie immer. Danke dafür. Aber es dürfen natürlich gerne mehr werden. Und wenn ich dir schon öfters helfen konnte und du schon wieder bei mir gelandet bist, was die Aufgaben betrifft, dann wird es langsam Zeit für ein Abo, oder? Meinst du nicht auch? So. Wo gehen wir denn runter? Auf keinen Fall Greasy, das geht mir auf den Keks da. Ähm, wo willst denn hin? Hm. Egal. Egal. Ne, das ist zu voll. Zu schnell wollen wir ja auch nicht sterben, oder? Oder wo soll man einen Sieg holen? Hm, vielleicht. Jetzt hat es Pech. Jetzt kann hier anrufen, wer will. Keine Zeit. Ich gehe oben in die Häuser, gell? Ja. Sind wir alleine? Ich habe mal keinen gehört. Da ist immer man alleine. Hä? Man ist da immer alleine. Ja, nicht immer. Manchmal ist ja auch trotzdem einer. Ja, alles klar. Ich hoffe, du hast den Spielzaum auch mal an, dass du das hörst, gell? Ich hoffe, du hast den Spielzaum doch mal an, dass du das hörst, gell? Ich weiß. So, wo ist hier in die nächste Kiste? bist du gebaut ich glaube hier müsste was sein ja die alte mp ist wieder da hier war nichts mehr bisschen lauter man ist nämlich kaum wie du abbaust und wie gesagt das hier müsst ihr dreimal machen und dann habt ihr die aufgabe auch schon easy gemacht und wie gesagt wenn ihr keinen freund findet mit dem ich spielen können schreibt es einfach unten in die kommentare vielleicht können ich die euch sogar helfen oder halt ihr findet euch gegenseitig schreibt einfach euren epic namen unten rein und dann wird sich vielleicht schon einer bei euch melden den rest hast du schon gelootet hast du den rest schon gelootet ja du musst lauter reden hier ist eigentlich jetzt alles so weit weg ich gucke mir gerade ob da noch irgendwas ist was ich brauchen könnte gerade überlegen ob ich verbände mitnehmen soll besser ist das schiff ist immer so laut hast du die neue mp willst du die haben weil hier liegt die ich gucke mal ob an dem automaten das ist nicht so nicht so das bei dem bootleg naja ich weiß ich gucke nur gerade an dem automaten ah hier ist ein trampo Ja, dann komm du, weil ich hab eigentlich die Plätze so weit voll. Ich hab auch. Oder soll ich dir die wegholen? Die MP kannst du auch tauschen, die andere. Ich weiß nicht, ob ich das mal kommen soll. Ja, ich will lieber Jumpers. Na, na. So, dann gehen wir mal langsam in die Zone. Was hast du denn da gebaut? Ich wollte eigentlich nur als Rettelbaum. Das ist immer so schwierig, wenn du mitspielst. Hier ist ein Gegner. Vor uns. Am Baum. Warte. Da kommt der Team-Mate. Oh, ist er links oder rechts? Links oder rechts? Und nichts. Oh, die Zone kommt. Hm. To jumpers. Jetzt weiß ich, warum ich gesagt hab, ich hol Verbände mit. Oh. Nein, ich fall grad nochmal runter. Oh, oh. Das hast du auch toll gesetzt, da Trampo. Lost. Ich hab noch Lagerfeuer. Ah, das ist gut. Boah, du bist ja wirklich fast down. Nächste Zone ist... Ja, das ist... Ja, das ist Lagerfeuer. Ja. Schaffst du das? Ja. Ich bin schon. Hast du die Verbände? Hast du hier keine mitgeholt? Nein. Du hast ein Lagerfeuer. Ja, da war wieder. Okay. Du hast ja eigentlich auch das Medikit noch mit holen können. Ja, weil sonst wäre es vielleicht down. Vielleicht musst du noch den Baum... Holen wir die Verbände jetzt schon. Müsst aber eigentlich für dich reichen, voll zu flieren. Ja, reicht. Nein. Wir gehen, ähm... Mitwürft. Ah, hier ist noch Medikit. Wollt ihr Schnauphalm betonen? Hol mal lieber Medikit. Benutzt. Nee, manchmal nicht. Willst du nicht mal das Medikit benutzen? Nee. Vor allem die Zone kommt nämlich schon die nächste. Ja, wir können doch eh mitwürft oder es... Ja, aber trotzdem. Wir sind noch Verbände. Ja, ich hab jetzt keinen Platz mehr. Ja, Lack des Todes. Ich werde doch kurz auf dem Weg. Ich hoffe, ich kriege mindestens keinen Zonschaden. Ich höre dich nicht, wenn du so leise bist. Und... Ich gehe jetzt unbedingt raus. Bleib bei mir, bleib bei mir. Flieg nicht wieder, was weiß ich schon hin. Und ich bin tiefer als du. Unten sind Gegner. Ich... Sieh's. Könnte aber auch nur einer sein. Das ist auch, glaube ich, nur einer. Hinter. Ah, der geht auf die Insel. Egal, direkt hinterher. Ich glaube, der will den Zons... Entschuldigung, ich will den Zonschaden. Ich weiß, wie er laufen... Er ist bei mir. Ja, ich muss nicht hoch. Es kommt doch einer. Komm hin, der ist unten hin. Hier sind noch mehr. Aber er ist definitiv unter mir. Tot. Gegner sind hier unten. Ja. Ja. Entschuldigung. Pumpgun. Gif. Knock. Hä? Was sind die Arschlöscher? Warte, der eine ist unten. Oben. Komm noch mal hoch. Ich habe einer Snipe nach mir. Aus dem Metz. Ich warte eigentlich nur, dass die sich mal irgendwo zeigen. Ich gucke auf. Ah, jetzt kommt der... Ich will kurz, die Heavys neu kommen. Ah, sie kommen. Sie ist. Oh, irgendeiner schießt auf mich. Eieiei, das ist überhaupt nicht der Klan. Wo sind die Arno? Ah, der ist unten. Echt? Komm, bei mir. Ach, Gott. Knock. Der eine ist genockt. Nice. Dreck zubauen, zubauen. Mann. Die eine Aufgabe ist gleich schon fällig und dir hilft ihm mit Kriegern bei der Eliminierung. Danke. Lass zu. Gegner sind direkt vor uns. Bau dich ein. Ja, nur kurz. Um kurz sind wir tot. Hier ist nur eine gute Kampel. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Kannst du mit der Karo? Achso, du hörst schon, Alter. Ach, du bist noch gar nicht voll. Im Snorby sind definitiv noch zwei. Ah, ich glaube, ich sehe sie. Hier bei mir, geradeaus. Ah, ich sehe es. Warte, ich versuche zu snipen. Nein, dann springt der hoch. Ich habe einen 150er-Hilfe. Du stehst aber zu offen. Gut. Oh, Mann. Ich schieße da runter. Die haben Schutz. Ja, ja. Naja, lass die zweimal. Die kommen aber jetzt. Du stehst offen wie noch was da unten, gell? Nein, er macht den Volltreffer. Weil dich. Wieso baust du mich hoch? Mann, kommst du? Kind, was machst du da? Und, guck ich irgendwo hin. Bitte, ähm, holt. Also kommt bitte einen schönen Jump hat. Nein, kommen wir auch nicht. Das Problem ist, ich habe nur noch 30. So. Ich sehe die nirgendwo. Ich glaube, die campen irgendwo. Ja, mit 30 Leben wird das hier ein bisschen schwierig. Von oben auf dem Werk. Mh. Auf jeden Fall haben die Rockets. Ich glaube. Guck ein bisschen um. Guck nach oben. Kannst mir ein Verband geben? Ja, zwei bleiben da übrig. Die Zone kommt aber auch jetzt. Und das können wir trotzdem. Wir haben Besuch. Geh mal da weg. Hey, hier ist doch niemand. Doch, ich habe einen gehört. Hör mal auf tausendmal die Waffe zu wechseln. Das Leben nämlich nur noch hier. Da oben kommen die. Ich weiß nicht, ob sie uns gesehen haben. Geh mal da weg. Oh, du spielst immer zu offensiv. Oh Gott. Nein, Mann ey. Wie oft krieg ich denn hier einen Headshot heute zurück? Oh, die Person. Musst du allein, Mann. Ich muss krabbeln in die Zone. Headshot. Alter, ich habe noch keine Headshot. Egal, war trotzdem ganz gut. Wir hatten fünf Kills. Hallo? Warte, okay. So, ihr habt ja gesehen. Wie gesagt, drei Runden machen. Ich würde sagen, war es das erstmal mit der Aufgabe. Und viel Spaß dabei. Und haut rein. Und wie gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, schreibt es einfach in die Kommentare. Vielleicht findet sich was. In dem Sinne, haut rein.